Viparita Namaskar Baddha Kunasana ist der gebundene Winkel mit Händen in Großhaltung hinter dem Rücken. Gib die Fußsohlen zusammen, Knie nach außen, dann gib die Hände hinter dem Rücken, Handflächen zusammen, Fingerspitzen zum Kopf hin. Grüße so alle hinter dir und öffne den Brustkorb. Wenn du nach hinten Frieden geschlossen hast, kannst du nach vorne Liebe und Freude spüren.